auf geht's weiter geht's hier mit dem nächsten vorstellungsvideo für den kanal potato ja das sind natürlich schöne eierköpfe ein kartoffelköpfe ja aber die tauchen hier in die spiele nicht auf oder ich habe da nichts gefunden vielleicht irgendwo weiter unten vielleicht ich weiß es nicht so weit habe ich jetzt nicht runter gescrollt ich glaube kaum auf jeden fall ist es ja ein nettes banner und dann schauen wir ganz einfach mal in die übersicht wieso der kanal sich grundsätzlich darstellt aufgeräumt auf jeden fall ja und dann schauen wir in die videos da findet man natürlich wieder ein lot of wolfenstein ja was gibt es noch alles soma raft hat er auch drinnen gehabt genau amnesia ja amnesia wolfenstein warface wolfenstein raft hat man doch schon alles einmal gesagt ok je weiter dass wir runterkommen russien fishing ja gut dann gucken wir weiter open da haben wir einer muss dran glauben an vorgiven ok na gut das sollte mal sein was ich hier vorgelesen habe ihr könnt ja selber euch hier rum tummeln auf dieser seite gar kein problem und dann schauen wir mal in die kanal info 6 18 ja das ist also jetzt knapp über ein jahr dass er dabei ist und er hat abonnenten hat er ja genau hat er auch schon jetzt abonnenten hat er hat er hat abonnenten das weiß ich werden die die angezeigt er war zoll jetzt die potato potato was soll das zeig an wie viele abonnenten du hast das interessiert jeden also gut hallo du ja genau du ja du nicht ich du schön dass du hier bist weißt du was dich hier erwartet keine ordnung ich will es auch gar nicht wissen na dann liest doch unten einfach weiter was lesen muss ich auch noch ich will doch video gucken und lese du hier findest du let's plays tests angespielt locker flockig fluffig ohne gewehr und ohne skill einfach weil es spaß macht wunderbar alte games kostenlose games early access games und auch große mainstream games werden hier beackert schön mit der ruhe denn darin liegt die kraft ok horror games sind mein steckenpferd aber genau also wirst du hier auch allerlei grusel action sehen wenn du mich beim kauf neuer software und hardware unterstützen möchtest kannst du das über steam labs machen okay leute dann kauft mal ein bei ihm wunderbar gut so dann steigen wir noch mal ein hier in das erste schnipselchen was ich ausgesucht habe lauter und starten bitte herzlich willkommen zurück bei golf with your friends heute ein bisschen leiser weil die nachbarn schlafen wollen und der raum in dem ich sitze ist das esszimmer und da sind wenig möbel drin und das schallt so ein bisschen deswegen muss ich mich ein bisschen am riemen reißen ja ja im esszimmer golf spielen du bist nur doch einer hier und glaube ich habe dich schon gesehen so ich fahre mal hinterher weiß ich ob ich hier richtig bin also keine ahnung gibt ja keinen anderen weg also freue ich dir mal und ich glaube der ist ja schau doch recht nice aus wer wissen will wer gewonnen hat und den ball reinschubsen muss der muss jetzt dieses video dann weiter anschauen aber nicht bei mir sondern bei ihm also geht auf seine seite geht auf seine seite also er spielt hier mit einer partnerin das wollte ich noch anmerken den link findet ihr in der video beschreibung und dazu natürlich auch einen kleinen spenden link von mir ja ja das darf nicht fehlen so das war mal das wichtigste es gibt noch was wichtig ist also wenn ihr doch mal ein abo da lasst bei ihm dann schreibt mit der rein dass ihr vom kanal pvp ok kommt das solltet ihr machen mein handy hat wieder mal gequitscht will wieder irgendeiner was von mir aber jetzt nicht jetzt bin ich aufnehmen okidoki ja dann machen wir einfach mal weiter im nächsten spiel na wo ist es denn da ist ja das spielchen ach was ist das schöne sonnenuntergang mit kokosnuss lecker guckt euch an ja das ist fast so schön wie strante die oder noch schöner kommen zu sie auf sie schnack mal nicht so ein tütenkram sondern es geht los wir suchen unser schiff du du bist ja wohl ein ostfriese oder was nicht du gefunden also müssen ein boot so ein bisschen von tütenkram da nicht und statten gleich beziehungsweise die fässer wieder füllen es wird langsam nach also das ist auch ein ganz ganz ein nettes spiel kann man sich wirklich schön damit amüsieren vor allen dingen auch wenn man es anschaut finde ich ganz nett und lustig gemacht ja jetzt ist aber gut hier sonst schmeiße ich dich in den mülleimer das sage ich dir noch einmal wenn du quietscht hier du das mag ich überhaupt nicht dann schalte ich dich aus du das handy bringt ein so richtig aus der fassung also auf jeden fall ein nettes spiel schaut rein wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht und dann werden wir wechseln zum nächsten zum wolfenstein young blood das ist also die letzte neueste version soweit ich das weiß und da fangen wir auch von vorne an da werden wir doch mal ein bisschen vorscrollen ok du schaust eigentlich für einen armee richtig artig aus ich glaube schon aber das bleibt das mal geheim hier ja also er spielt nicht nur alleine er spielt halt auch mit anderen zusammen koop spiele und bla 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 aber wir brauchen kein tutorial wir sind die ober pros genau ich tarn mich jetzt erstmal und dann mache ich dann erstmal blatt ich weiß in meinem beil ins gesicht das geht nicht so und hier mit ab 10 stunden hat zwei nicht ins gesicht geschmissen sondern in den rücken ok ein roter rücken kann auch entzügen wunderbar super also liebe leute denkt dran schaut in die video beschreibung da findet ihr alles geht drauf auf seinen kanal abonniert ihn und ja denkt auch an mich auch ich möchte leben ich möchte abos ich möchte likes ich möchte kommentare nicht vergessen macht werbung für meinen kanal zack zack ruck zuck kein problem kann jeder machen aber nichts dagegen ja und dann soll es das erste mal gewesen sein für den ersten eindruck hier auf diesen oder für seinen kanal und dann wünsche ich euch selber viel spaß ihm wünsche ich auch viel spaß und viel erfolg mit seinem kanal und dann sage ich heute bis zum nächsten video tschüss bei adbdc euer pvp ok